In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Nachrichten über ItsLearning an Gruppen, Projekte und Kurse senden können. Zunächst klicken wir, wie im letzten Video gezeigt, auf die kleine Sprechblase oben rechts. Dann klicken wir wieder auf Neu. Beginnen wir mit einer Nachricht an einen Kurs. Diesen können Sie einfach über das Suchfeld hier oben eintippen und dann auswählen. Für unser Beispiel nehmen wir mal den Mathematikkurs 2. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie eine individuelle Nachricht an jeden Kursteilnehmer, an jede Kursteilnehmerin senden oder ob Sie ein Gruppengespräch starten möchten. Dann einfach hier unten die Nachricht eingeben, bei Bedarf ein Emoji einbinden und über diese kleine Heftklammer hier unten rechts zum Beispiel eine Datei von Ihrem Computer mit hochladen. Zum Abschluss dann einfach wieder hier unten rechts auf senden klicken. Bei einer Nachricht an einem Projekt funktioniert das Ganze im Grunde gleich. Einfach hier oben das entsprechende Projekt eingeben, wenn Sie schon ein Projekt eingerichtet haben, dann das Projekt auswählen und dann können Sie auch wieder hier Ihre Nachricht schreiben, Emojis einbinden, wenn Sie möchten etwas mit hochladen vom Computer und dann später auf senden klicken. Ebene ances sexperren ь in